Sex. Bernard, Sie haben die Kleine noch nicht etwas verführt! Ich? Sie verführt? Immer wenn ich mich umgedreht habe, scheint sie irgendwo auf einer Bibliotheksleiter. Schließlich habe ich sie nachgegeben. Ah ja, perfekt! Ich habe zwischen Ihren Beinen etwas entdeckt, was mich an Sie erinnert hat. Es sah aus, als wäre da massig sexuelle Power im Spiel gewesen. Habe ich recht. Was? Fleisch! 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 Et in Arcadia Ego! Wir sollten es mal versuchen! Wird sehr unterschiedlich! Was? 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 Was?